Ja, gut, dann Dach zusammen, willkommen zurück zu Seven Days of Three, Kinder der Stadt, und, ja, ihr seht, ich bin schon wieder mal auf dem Weg irgendwo hin, weil ich bin nämlich schon wieder krepiert. Das Dings ist voll hier, wie heißt das? Wie heißt das? Ah, egal. Das Maß? Äh, das sowieso, das Maß ist auch voll, aber alle guten Dinge sind drei, sagt man eigentlich, aber ich bin dreimal gestorben, insofern ist das eine glatte Lüge. Und, äh, ja, mit dabei sind natürlich wieder mal der Avonaccio. Ja, grüß euch. Die Xyra. Hallo. Und der Bär natürlich auch. Moin moin. Ja. Ja. Stelle. Ja. So, wir sind hochkonzentriert. Also ich kann eine Forscher stellen. Ich bin übrigens, äh, rechts von euch. Ich bin eigentlich gleich quasi neben euch. Du kannst eine Forscher stellen? Mhm. Perfekt. Komm mal zu euch mal hin. Äh, warte, ich bin unterwegs gekommen. Äh. Ich bin gerade am Looten gewesen. Oh, eine. Also ich hab, ich hab beim Zielgebiet, ich werd da nachher auch nochmal reinlatschen, weil da hab ich nämlich schon Leitern sowas alles dran. Eigentlich muss man da nur noch reinhüpfen. Ah ja. Ah ja. Okay. Ich kann überhaupt nicht sagen, wo der Pfeil überhaupt landet. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, gut. Ja, gut, wir haben wenigstens bei Seven Days, äh, wie bei Seven Days, äh, bei H1Z, dann so wenigstens so einen kleinen Punkt hätte oder sowas, ne? Wenn ihr in die Hocke geht, habt ihr euren Punkt. Aber ich treffe und zwar jeden Schuss, wenn euer Fadenkreuz nämlich auf ihm ist und ihr zählt und bewegt euch nicht, dann trefft ihr auch. Ja, wobei ich das jetzt nicht überschätzen würde, weil ich gerade auch einen Kopfschuss verpasst habe. Okay. Okay, du hast ne Pipe. Ne, ich hab keine Pipe. Ich hab keine Pipe. Die gibst du bitte, ähm, 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 Bad. Bad, genau. Und Bad, die Forge, würde ich sagen, die stellst du hier hinter der Mauer. So, bitteschön. Ich geh wieder Holz an. Mhm. Da bin ich also gestorben. Das heißt, ich werd das gleich mal was, ich werd das gleich was probieren. Was total Verrücktes. Okay. Wobei, ne, du bist da hinten schon am Rand, ne? Ich bin da hinten am Rand. Ich werd jetzt auch so hoch, ich bin wieder reinlaufen. Guck mal, ob du mit einer Steinachs einen Eisenträger abbauen kannst. Stellst du die hier hinter der Mauer? Nein, kann man das. Oder beziehungsweise, was man konnte ist. Hä, hallo? Ja. Hier, hier, guck guck. Hier hinter der Mauer. Da soll die Forge in? Ja. Für den Fall, dass wir hier mal die Heatmap hochtreiben, dass die Spider-Zombies uns nicht direkt sehen, wenn sie hier vor der Forge stehen. So. Ob das wohl geht? So, hab ich jetzt die Steinchen alle weggepackt? Ja. Jetzt brauch ich ja erstmal ein kleines Steinchen. Huch. Äh. Ich hör'n' Zombie. Ich hör'n' Zombie. Ich hör'n' Zombie. Ich hör'n' Zombie. Ähm. Ähm. Hat sich irgendwas geändert am Leben abgebaut? Ist das immer noch so in der Nähe von... von den Flüssen oder... Denk' ich mal. Ich hab'n' Ich hab' noch links neben mir einen. Also links neben Bob. Blutest du? Ähm. Ähm. Nee, ich blut ja nicht. Ah, Krankenschwester. Sehr gut. Vielleicht hat die ein paar Pain-Killer. Ja, das wäre gar nicht mal so übel. Oh. Na, aber ein Bloodpack. Das ist schon mal sehr gut. Oh, so schießt man immer noch. So, jetzt kann ich ja weiter machen. Ähm. Achso, den Eisenträger wollte ich ja versuchen. Das sind Steine. Deswegen fehlt mir Steine. Ich brauch' Steilchen. Ja, ich glaub' Eisenträger kann ich auch hiermit vergessen. Ähm, Nicole? Ja? Was hältst du davon, dann ein bisschen Stein abzubauen? Damit wir ein bisschen Eisen kriegen. Ja. Vorsicht, Bienen hinter dir. Oh, keine Bienen. Ach, die Bienen. Ihr habt Sorgen. Nordisch ist mittlerweile fünfmal gestorben. Das war nicht wahr. Das alte Vieh, das ruchtet aber blöd. Ich hab' einen Eisenträger getroffen, hab ich gehört. Ah, Honig, komm. Honig. Zwei Sneak Damage-Bonus hab' ich gekriegt. Oh ja, zweimal Honig. Sehr schön. Nicole, Zombie links. Zombie links. Zombie links? Oh, doch nicht verhört. Oh, Vorsicht, da hinten ist Aki. Gucken, dass die uns was tun. Wenn man diese kleinen Hügel von den Zombies kaputt macht, das hört sich ja lustig an. Ja, das war die Folien mit I. Das war die Folien. Das ist gut in der letzten Folge für die Zuschauer. Also wir müssen mal... Ich höre jemanden. Wir müssen mal gucken, dass einer von uns ne Steinachs kriegt und der haut dann hier erstmal Metallträger ohne Ende. Äh, ne, 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 ähm... Pickaxe. Mhm. Oh, ich hab'n Motor gefunden. Na, ist das schön. Ein Motor? Motor, ja. Nicole, siehst du vor dir irgendwo Zombies? Ein Büro. Ähm... Nee. Also vor mir, nö. Okay. So. Aber ich höre hier irgendwo welche... Oh, 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 oh. Lass uns mal Siren helfen, da kommt ein Hund. Oh, ja. Okay. Okay, und jetzt noch Horst. Und dann haben wir das. Wunderbar. So. Nimmst du das Leder mit, Simon? Mhm. Da kommt schon wieder was durchs Wasser. Ah, Horst, hallo. Weißt du, du bist ja immer noch da, kleine dumme Sau. Okay, ich hatte gehofft, er läuft da rein. Sag mal, wenn man den Bogen gespannt hat, kann man das eigentlich irgendwie abbrechen? Ja, das war mir auch schon irgendwie nicht, nö. Leider nicht, nein. Leider nicht, nein. So. So. Das soll erst mal... Einmal Horst, einmal Sonja. Ja. Okay, ja. Jetzt. Jetzt. Oder hell, aber jetzt schon irgendwie aus hier. Oh, die Entfernung geht nicht, Alter. Gut. Ich höre doch hier noch einen. Komm doch her. Wo ist der Gegend daneben? Ein brennender Zombie kommt auf uns zu. Wo? Im Wasser, noch. Im Wasser? Der brennt im Wasser. Mhm, also der kohlt halt, ne? Kein schlauer Zombie. Ich habe nur noch 37 Pfeile und ich hatte so viele. Oh, ich kann was lernen. So, was hat er mit? Oh, das hat er mich schon wieder gesehen. Und ich höre noch einen. Ach, da ist er ja. Ein Schnorchi. Schnorchi? Schnorchi, das sind die Kriecher. Ah, okay. Wo sind die Leitern? Wo sind die Leitern? Ich habe auf einen toten Zombie geschossen und kriege einen Sneak Damage Bonus. Okay. Okay, jetzt warten wir erstmal, bis Tim hier ist. In der Zeit können wir noch ein bisschen Steine ploppen. Ja. Ich tue, was habe ich denn? Wie viel Holz habe ich? Ja. Wie viel Eisen hast du? Gib's mal kurz, dann schmeiß ich das schon mal auf den Kreuz. Ich habe nur zwei, aber bitteschön. Achso. Da habe ich nicht gerade gemerkt. Ja, da ist drinnen. So, hier ist noch ein Steinchen. Uh, ich besteige das Steinchen. Ähm, hattest du nichts reingeschossen zu haben? An Eisen? Ja. Doch, dreimal hatte ich. Okay, weil da war gar nichts drin. Ja, ich habe auch gerade geguckt, aber... Man kann sein, dass er es schon verbrannt hatte. So, den Block, den nehme ich direkt raus. Nicht, dass er wegbaut. Und das Holz nehme ich dann auch wieder raus, dass wir dann nicht unnötig Holz verbraten. Letter M. Ich höre hier doch irgendwo jemanden. Wir brauchen noch zwei Iron Bars. Und dann hat er erst so seine Pickaxe und kann auf Metallträger kloppen. Jupp. Noch haue ich hier ein paar Steine. Tim ist Richtung Fortsch unterwegs. Der will unser Eisen klauen. Es kann auch sein, dass er zu unserem Haus geht. Ich würde es sehr schön finden, wenn hier statt ein Zombie-Mann-Schwein vorbeikommt. Ja, das wäre nicht so übel. Oh, ernsthaft? Da komme ich jetzt hier nicht hoch. Ich höre hier doch irgendwo... Ja, links von uns ist auch noch einer. Hier in der Richtung. Und rechts von uns kommt einer durchs Wasser. Bei dir quasi geradeaus. Oh, ja. Nordisch, erzähl doch mal, was machst du gerade? Ich, ja, ich spiele so ein bisschen an mir rum. Ich versuch hier in das Departmenthaus reinzukommen. Der wird auch versuchen. Versuch's ruhig und willst du noch auf Entfernung. So. Weil wenn du nur ein Zombie da hast, wenn du nur ein Zombie da hast, dann kannst du das nämlich wunderbar trainieren. Ach, Mann. Zombie schießen kannst. Ich hab zwei Spiel-Coins. Also, Glücksspiel-Coins. Ja, kannst du Metall draus machen. Ah, okay. So, das werde ich jetzt mal, glaube ich, als nächstes hier meinen. Kann ich gar nicht, hab ich gar nicht dabei. Ha, ha, ha. So, ähm, wo habt ihr hier... Hier ist die Forge. Schmeiß ich dann hier nochmal ein bisschen Eisen mit rein. In das Scrap-Metal. Hm. So. So. Schmeiß die Arbeit nach. Ach, Mann, 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 Mann. So, dann tue ich... Achso, so viel Holz braucht er gar nicht. Oh, das ist sehr gut. Was ist denn? Noch ein Iron Bar. Okay, das sollten wir ja hinkriegen. Ja. Um, um. Das Beddy-Line ist schon fleißig. Ähm, Leute. Ja? Habt ihr eure Schlafsäcke da hinten mitgenommen? Äh, nein. Ich auch nicht. Ah, ah. Wir haben da schon impliziert. Ist aber, ist nicht das Problem. Ich baue eben zwei neue. Okay. Oh, einmal mit Profi spielen. Nur einmal. Ich bin gerade so froh, dass ich nicht die Einzige will, die ihn vergessen hat. Hey, Simon. Was heißt hier einmal mit Profi spielen? Wir haben jetzt Ersatzschlafsäcke. Das war voller Absicht. Ach so. Ja. Ist klar. Ich hatte doch genug Stoff dabei. Das war alles pure Absicht. Glaube ich aufs Wort, Kollege. Ja. Oh, jetzt hast du ja das ganze Eisen eingesammelt. Sonst schmeiß mal bitte schnell in die Forge. Ähm, ja. Siebenmal. Ja, dann können wir nämlich direkt eine Pickaxe machen. Und dann geht's richtig los. Super. Ja, genau. Oh, Krankenschwester. Da. Ähm. Na, was hast du denn mit? Juhu, Iron Bar ist fertig. Ja, bitte einmal rausholen. Ja. Wo bist du? Da vorne bist du. Bring ihn dir. Ja, ich, ich komme. Huch, ich bin schon da. Mhm. So. Bitte schön. Oh, der Le. Ah, ich. Super. Ähm. Da hinten kommen zwei, genau. So, ich komme mal jetzt wieder zu euch. Ich habe hier, bin hier im Apartmenthaus, habe hier mal einen Schlafsack hingelegt. So. Und ja, mir gibt es dazu nichts zu sagen. Also von weiter hinten kriegen wir... Au. Kriegen ein bisschen Besuch von weiter hinten. Ja, ich schlage jetzt mal ganz schnell nebenher ein paar Metallträger. Ja, mach das. Ich muss sagen, ich finde Pfeil und Bogen irgendwie toll. Alleine das Geräusch, wenn der Pfeil loszischt, ist irgendwie... Ich mag das. Ich fühle mich damit ein bisschen wie Robin Hood. Ich fühle mich damit ein bisschen wie Robin Hood freuen kannst. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme damit auch nicht so ganz zurecht, also... Doch, also bei mir geht das jetzt schon. Ich habe damit drei, vier Zombies gerade gekillt. Also ich komme damit eigentlich auch ganz gut klar. Man muss halt mit dem Fadenkreuz ein Stückchen höher ziehen. Ein kleines Stückchen. Wieso kriege ich jetzt das Iron da nicht rein? Die Forge. Oh, das ist ein Problem. Was denn? Ich kriege das Iron nicht in die Forge. Iron. Wenn du das jetzt auch nicht kannst, dann versuch daraus mal Metallding jetzt zu machen. Und schmeiß es dann rein. Und wenn es dann auch nicht geht, dann hol mal einmal die Forge, die Maul draus. Oh nein, kurzer, kurzer, nein. Weil ich brauche natürlich jetzt... Nee, kann ich auch nicht. Dann schau nicht. Dann nehmen wir einmal die Maul, du hast, dann tue ich sie wieder rein. Ist jetzt aber mal kurz draußen? Nee, geht nicht. Ah, hier ist ja schon alles leer. Wie, geht gar nichts? Nee, kriege ich nicht rein. Ah, nicht die Maul? Doch, die Maul, die kann ich rausnehmen und die kann ich auch wieder reinlegen. Okay, dann zieh mal... Wollen die Zombies alle über mir? Die haben mit dem, wow. Die haben mit dem Patch irgendwas geändert. Offensichtlich. Man kann die Scrap Metal Pile auch nicht mehr umwandeln. Irgendwas stand da mit Scrap Metal. Ach, so bereitet ihr euch vor. Ja, man muss ja irgendwie... Ja, wer rechnet denn damit, dass man die Bahnen plötzlich nicht mehr schmieden kann? Wo sollen wir denn jetzt sonst Eisen herkriegen? Ich habe eine Idee, aber das schaffen wir nicht mehr vom Nachteinbruch, glaube ich. Moment, ich muss mal gucken. Da haben wir eine Hülle. Ja, ansonsten müssen wir tatsächlich über die Steine an Eisen kommen. Hm, ich habe... Wir haben gleich einen neuen Eisenbahn. Wir haben einen neuen Eisenbahn? Gleich einen neuen. Ach so, ja, einen brauche ich, um die Pickaxe zu rüberbringen. Warum kriegt man die nicht mehr da rein? Was braucht man jetzt dafür? Verstehe ich nicht. Hier steht Forge Material. Iron. Ich tue das mal in die Kiste, die hier hinter ist. Da tue ich das mal in das Scrap Metal rein. Och, was, wie ziehe ich denn? Wir müssen uns irgendwie mal um Essen kümmern. Also ich bin schon ganz weit am Fucken. Ja. Hast du dir denn schon was von dem Fleisch in der Kiste genommen? Zweimal ist, habe ich reingelegt. Nee, habe ich noch nicht. Ach, verdammt. Bugel noch ein bisschen vor sich hin, der Kamerad. Nicht drauf, ne? Da könnt ihr dich anstecken, nordisch. Hund, Hund, Hund. Hund, wo, wo, wo? Hinter dir. Okay, ich lauf. Ruth mit dem Tor. Hau, den du tut gut. Okay. Och, so siehst du aus. Und da haben wir noch einen Tim. Einen Horst. So ist richtig. Bruder hat ein Buch dabei. Das ist ja auch nett. Da kommt noch ein Kriecher hier. Hä, wie so null Pfeile. So, ich würde sagen, in Anbetracht dessen, dass jetzt ja die Folge auch zu Ende ist. Schon wieder? Ja. Ja, also jetzt gleich zumindest. Sollten wir jetzt keine Ausflüge, die nichts mehr machen. Ja. Keine Ausflüge mehr. Na, jetzt gerade halt nicht mehr. Hinkiller. Und wir müssen mal gucken, was hier mit der Forge ist. Ja, richtig. Das ist ganz richtig. Oh, für einen Eisenbarren hat es nicht ganz gereicht. Ja, ich bring gleich wieder was. Oh, was haben wir hier dann nochmal? Das Essenbrennen, hoffe ich zumindest. Also, den ersten Eisenbarren, den brauche ich jetzt, um regelmäßig die Pickaxe reparieren zu können. Okay, kommt ihr nach oben, oder? Ähm, ja. Ich möchte mir nochmal schnell was zu trinken. Ich werde mitnehmen. Mensch, wir hatten hier auch irgendwo noch was zu trinken. Okay. So. Ich habe aufgelevelt, wie schön. Oh, da will ich gleich auch erst mal gucken, aber... Ach stimmt, man kann ja irgendwie noch Punkte vergeben, ne? Oder was? Mann. Irgendwo, 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 oder was? Punkte vergeben. Ja, war da nicht irgendwas, dass man irgendwie was leveln kann? Oder levelt sich das automatisch, oder? Das levelt sich automatisch. Das levelt sich automatisch. So. Ich meine, der Verbrannte sieht ja schon cool aus, ne? Ja. So, ich komme hoch. Der hört sich auch cool an. Ich tue hier nochmal eben das letzte Holz, was ich habe. Hup. So ein bisschen verbran. Hallo. Genau, einfach hier Leiter. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder was? Ja. Zwangsläufig. Zwangsläufig, ja. Was? Ich glaube das ja wohl nicht. Was ist denn jetzt passiert? Dann nix. Ich bin gerade zur Kiste gegangen, niemand ist unter mir durchgelaufen und dann habe ich mir das Bein gebrochen. Okay. Kurioserweise. Also um Pfeile zu sparen, müssen wir mal gucken, dass irgendwie jeder auf einen anderen Zombie schießt, beziehungsweise früher noch aufhört. Dass nur einer den Pfeil in den Schuss macht, sonst können wir jedes Mal drei Pfeile verschwenden. Ja. Aber ich glaube, ich kann auch nochmal ein paar herstellen. Oh Gott, ich habe nur noch 22 Pfeile. Ich denke mal, Pfeile sind jetzt derzeitig nicht so das Problem, oder? Naja, ich habe... Ich habe 105. Echt? Ich habe nur noch 5 Pfeile, ja. Also wie gesagt, ich habe 44 und kann aber noch ein paar herstellen, oder so. Oh, Kotzer. Oh, Kotzer. Kotzer, den müssen wir ab nach oben und dann müssen wir den weg machen. Ja, wo ist er denn? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört. Ja, gehört habe ich ihn auch, aber... In die Richtung, wo ich ziele. Da ist er. Ah, okay. Okay. Jetzt läuft er. Kriegen wir den auf Feuer? Da kommt noch ein Minirode. Ja, die ist egal. Alle runtergehen und dann ist sie wurscht. Ist okay. Von einem bin ich jetzt gehunted, aber das ist halt nur einer. Ne, ich bin nur sensed. Das könnte sein, dass die hinter der Mauer ist. Da kommen auch von rechts noch welche. Ja, einfach hier hinten an die Mauer ran. Und nicht drauf schießen. Ne, ne, ich habe ihn gerade in die Luft geschossen. Oh. Fanservice. Was? Ach, die kommen. Lass meinen Hintern in Ruhe. Okay, ich versuche den von dem... Jetzt laufen sie. Verdammt. Okay, bei mir ist alles gut. Also... Jetzt sind sie natürlich direkt unter uns. Ja gut, es kommt drauf an, wo sie gegen kloppen. Gegen die... Gegen die Schiezen. Ähm... Ähm... Also auch schon. Gegen die Chests. Vorsicht, ich nehme hier einen mal raus. Kann man durch die Dings schießen? Nein, habe ich eben schon probiert. Ich habe hier einen Frame rausgenommen. Vorsicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Ähm... Du hast die Pfeile, komm mal an meine Position. Mhm. Und dann kannst du... Vorsicht, Kotze. Ach du, Schande. Oh, scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Und wir haben 24 Minuten rum. Das wird eine ganz böse Falle. Oh, scheiße. Könnt ihr dagegen was machen? Ähm... Gerade schlecht. Aber die sind nämlich unter uns, das ist das Problem. Biene, Biene, hinter dir. Ja. Halt, nicht zumachen. Ja, ich habe das zugemacht wegen der Biene hinter dir. Ach so. Dass du dich wehren kannst und dich versehentlich runterfällst. Okay. So. Bett. Ich mache hier wieder auf. Ja. Ja. Von hier kannst du jetzt... Ja, gut. Bin dabei. Okay. Dann mache ich hier wieder zu. Das sind viele. Ja. Und ich kann nichts machen, weil ich keine Pahne nachverlangen habe. Oh. Ja, in den Kisten haben wir jetzt noch nichts wichtiges. Katze. Kriegt ihr den? Ähm... Ich aus meiner Position nicht. Dann kannst du dich auch hier weiter installieren. Vor allem rausnehmen, Nicole. Komm, da ist er. Ich sehe auch nichts mehr. Ja, ich sehe auch langsam echt nur noch wenig. Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe keine Pfeile mehr. Au, au, au. Shit. Bin gleich irgendwie tot. Kommt ihr dran? Du magst doch die Fackel mal hier in die Wand hängen. Vorsicht. Weg da, weg da, weg da, weg da. Warte mal. So. Okay. Fackel hängt an der Wand. Ja. Ich kann auch keine Pfeile mehr herstellen. Na, deswegen wollte ich an die Bricks ran, weißt du? Die sind ein bisschen stabiler. Na, komm, du. All die Zettel. Jetzt gehen sie... Los, tötet sie! Genau, tötet sie. Aber seid sparsam, jetzt haben wir Zeit. Ja. Oh Mist, ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich schon tot. Also mich brauche ich jetzt nur noch eine Fliege anstopsen und das war's. Guck mal her. Guck mal her. Ja. Ja. Ich habe zwar auch nicht mehr viel, aber... mehr als du offensichtlich. Pass auf, nicht, dass du ein Woodframe... Ja, komm, da liegt sie, da liegt sie. Doch, ich habe einen Woodframe. Da liegt sie. Einfach so hoch in der Luft und dann... Mach den Woodframe rein, ich bewege mich nicht. Beweg dich nicht, bewege dich nicht. Tsss. Ich bin nur noch Schweine. Mach rein. Dann können wir rein. Oh, geil. Okay. So, und jetzt an die Mauer ran, wenn die da unten kaputt sind. Und dann sollten wir friedlich sein. Ich bin aber immer noch hunted. Ja, das ist okay, das verschwindet gleich. Okay. Macht man immer den Frame wieder rein? Äh, ja, ich habe noch einen. Ich kann noch einen machen. Wir haben es geschafft, Kinders. Wir haben zwei Spooker überlebt. Ja. Ja? Da ist noch einer. So. Ja, den lass ruhig. Solange bin ich Hunter sind, lass den unter uns. Ach, da ist er. Okay, nee. Ist alles okay. Gute Lieben. War ja ein spannendes Ende. Wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare. Schaut bei den anderen rein. Gebt einen Daumen hoch. Und wer jetzt nicht bis zum Ende zugeguckt hat, der hat selbst die Arschkarte gezogen. Ja, in der Tat. Muss man so sagen. Adios und tschau, tschau. Und tschüss. Ciao. Bye, bye.